was ist dahinter probiert einfach mal oh guck mal hier munition das ist gut und granaten war nur die falsche munition ist ein problem ist dahinten los ich will hier wer ist alter wir haben mehrere berichte über weitere gepanzerte einheiten in deiner unmittelbaren nähe erhalten großartig freut mich auch das sind wir hier mit hier spagatsprung machen oder wird ich muss wahrscheinlich über den zaun hier ja nur rüber von welche feinde hier war da hat doch schon wieder oben hier wer machen die denn da hallo hier kommunisten schweine scheinwerfer hier ausmachen dann können wir uns ein bisschen einmischen ich weiß immer noch nie wer wer ist ich vermute mal ein bisschen böser aber das ist mir ein georeal weil ich muss mich ja dann die einmischen mal oder diesen rohr ne aber guck mal hier wer malzeit bleib mal hier so das war zwar ungünstig aber keine ahnung ich sehe ich hier hoch ich versuche das mal die sache von oben betrachten ist manchmal besser ja da teig mir gedacht dies habe ich mir gedacht dass du mich genau in dem obblick siehst wo ich dich sehe gut ähm ja mal hier umgeballer hier vielleicht komme ich ja runden lang wir schießen hier wenig mal fragen darf das machen wir nass das machen wir nass schießt ruhig und getroffen machten wir da nicht getroffen scheiße ja dann magst du teilte von der anderen seite na rück mal vor komm mal ran kaputt nach sechs schuss mit dem teil das problem so was macht licht aus hier ja jetzt war da drüben irgendwo ina wieso wieso ist das hier so hell so und nun komm mir sicherlich nicht hoch ja 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 der typ ist ja schon baggy da unten aber ich weiß nicht wo der ist ich bin auch überall das ist mein uftrag also der typ muss eigentlich sterben war da ist er steben bleiben ich könnte ich ein wenig unterstützung gebrauchen so ist jetzt endlich ruhe da im schiff ist ja wahnsinn junge sollen die gleich drei überschläge machen da da sitzt noch einer auf dem panzer oder was ist das da hier ist jetzt richtig zur sache ich nehme mich nicht getroffen also getroffen alter was macht ihr da ein schuss ich zeige noch gut das war der letzte gut und wir uns mal wenn der los liegt ja dann wächst kein kraut mehr der lebt ja immer noch jetzt nicht mehr aus halt er schießt mir jetzt hier hallo da ist da jetzt noch einer drinnen oder wird oder wie darf ich das verstehen nimm mal da den prügel weg wie hier durch so ist die weg hier So. Ja, ja. So, mach dir da. Ja, komm, ja, ja. war an so kommt er jetzt noch immer nach ich kann man nicht speichern weil ich munition ich werde ihn finden nämlich computer benutzen so auf jedem 20 mit 20 mm ja noch schrot sie gerade macht hoffen kram hoffen kraft nicht kamen 20 mm munition so sind wir ja hier schon wieder in so einer bruchkugel und wir müssen nach unten ich bin mir ernst sicher fischer weiter vorne befindet sich ein weiteres mobiles kommandozentrum dies könnte deine letzte chance sein das kommandonetzwerk anzuzapfen diese predator drohen sind wirklich emsig was kann man das ausschießen nix ist aus kann passieren boah mehr vor diesen drohnen da hatte ich ja richtig spaß bei da hatte ich ja richtig spaß die frage ist natürlich wo müssen wir hin wo können wir lang kommt man hier hoch schön hier nee nicht hoch nicht hoch ja so hm hihihi gibt's hier irgendwas ähm darüber denke ich mal äh keine drohne ingwer naja ich glaube ich muss da drunter war da ist der mit dem nicht hier so theoretisch durfte mich jetzt nicht sehen so aber wir gehen mit dem da halt ihr kinder koreas ne komm du kannst mich ja nicht aber hier war ein bisschen knallerei jetzt hier war ich muss immer unter diese dinger bleiben dann passiert mir nichts und da ist diese kommando zentrale die wir jetzt mal hier lassen wir mal durch aufheben hat munition gibt mir so computer benutzen und gute arbeit mit dieser verbindung ins innere des mka kommandonetzwerks sollte es uns möglich sein wichtige informationen an die armee weiterzugeben helfe immer wieder gern was war das jetzt grad hier für eine explosion ganz schön hell hier drunter ich speicher mal so drohne haut ab medikit gibt es ja medikit ich bin begeistert weiter weg 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 so 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 äh licht aus licht an alter schwede was ist denn das hier was flackert denn hier ach guck mal hier geht schon wieder die Luzi ab geht schon wieder die Luzi ab das sind unsere wa obwohl äh was flackert denn hier so weg mal fahren darf die lampe da oben wa ha ha krieg ich ja ich jump mal hier einfach durch so das flugzeug ist zu stark beschädigt um die daten retten zu können mhm du musst dich zurückziehen und das ziel für einen luftangriff markieren nutze das gebäude am ende der straße um dir einen besseren ausgangspunkt zu verschaffen lass mich zuerst die piloten in sicherheit bringen wir haben nicht viel zeit ein bergungsteam der nordkoreanischen armee ist auf dem weg zum wrack befiehlst du mir etwa diese jungs hier zurückzulassen und einen luftangriff anzufordern ich sage dir nur wie das missionsziel aussieht ich vertraue darauf dass du es erfüllst du hast deine befehle naja die haben wir doch immer wa machen wir jetzt mit denen können wir mal in die missionsziele gucken ob da irgendwas markieren sie es war blablabla und den rest haben wir alles gemacht das haus am ende in der straße bei denen da treffen ich den jetzt anvisiere weil der typ ist bestimmt das haus am ende da weiß ich nicht da weiß ich nicht drin sitzen tut eh na schön langsam jetzt hier Freunde keine Hektik machen hier und schon gar nicht irgendwo angejettet kommen kann ich nicht mehr an die Leinen so zuckst du noch mal oder was? ne wo hat die Flacker hier aus? so die Frage ist jetzt natürlich wo meinte der hier sieht es nämlich nicht so aus wenn wir hier irgendwie was bestellen können äh Karte ok das sieht so aus als wenn wir auf irgendeine Rüstung hoch müssen oder? ja ich na na no na